Ja, Tag zusammen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Als wir heute hier reingekommen sind, haben wir gedacht, mein Gott, wir waren gerade erst hier, weil wir jetzt in Storbrich insgesamt das vierte Mal schon hier sind. Und ich habe dann immer überlegt und der Veranstaltende dann gesagt, wir waren vor zwei Jahren hier. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie viel Zeit vergeht. Ich habe gedacht, vor zwei Jahren, ich hätte gedacht, wir wären letztes Jahr hier gewesen, aber das ist ja... Ihr wart ja schon vor zwei Jahren hier. Oh, dann muss es euch ja gefallen haben. Ehrt uns sehr, ehrt uns sehr. Ich war auch hier, mir hat es auch gefallen. Ja, mit euch. Wir haben heute hier... Willst du meinen Sender haben? Ich habe ja alles so lange geprobt und Soundcheck und dann tut es das nicht, naja. Aber wir sind ja Profis, wir sind ja gewappnet. Die schwarze Strat ist kaputt, nimm doch einfach die schwarze Strat. Die Gitarre kaputt, das war heute ja ein Abend. Eigentlich nicht, aber meine Lieblingsgitarre. Gut, wollen wir trotzdem anfangen. Da steht jetzt keiner, die sieht aus wie eine Gart. Wir sind ja hier, um unser neues Album zu promoten, was What's Up heißt. Und deswegen wollen wir auch ein Stück von diesem aktuellen Album anfangen. Das heißt Lonesome King und das klingt so. Das heißt Lonesome King und das klingt so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020